Ja, es ist Podcast, meine Kerle, und herzlich willkommen zum Tuxflash. Hallo Hauke. Hallo Micha. Wie man sieht, wir sind wiederum zu zweit. Also, Grüße aus dem Norden in den Osten. Und zurück vom Osten in den Norden. Ja, genau. Also, wir sind bloß zu zweit und wir haben uns heute wieder ein Kesselbuntes überlegt, weil es eigentlich gar nicht so wirklich viel Interessantes in der letzten Zeit gab. Genau, und nach so einem Highlight wie dem letzten Tuxflash zu den Tux-Tagen kommt jetzt quasi mal ein Lowlight, damit die Sinuskurve auch passt. Könnte man jetzt sagen. Zum Ende des Jahres vielleicht nochmal so einen kleinen Aufstieg schaffen. Genau. Vielleicht gibt es dann nochmal was richtig Tolles zum Jahresende oder auch nicht. Vielleicht lassen wir es auch ganz entspannend, besinnlich, ohne irgendwelche tollen Highlights nochmal ausklingen und nächstes Jahr wieder. Aber wir wissen es ja noch nicht. Wir sehen dann halt, wie es kommt und nur so können wir es ja auch machen. Genau. Wir haben noch nicht mal einen Plan, ob wir irgendwas für die Adventszeit podcasttechnisch machen. Wir nehmen es, wie es kommt. Genau. Das könnte man auch so als Titel dafür nehmen. Also wenn wir Tuxflash nicht mehr haben wollen als Titel, einfach wir nehmen es, wie es kommt. Wir nehmen, was wir kriegen können. Oder so, wir nehmen alles. So wie heute von den Themen her. Vielleicht ganz kurz noch. Der Jean ist beschäftigt, falls die Frage kommt. Der ist sehr, sehr rege diese Woche unterwegs. Deswegen ist er heute nicht dabei. Aber dafür freue ich mich über jeden, der jetzt live dabei ist. Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer. Genau. Und alle, die es nachher später noch hören, aus der Konserve. Aber ihr könnt natürlich nicht mehr live irgendwelche Fragen stellen oder sonst irgendwas oder Kommentare abgeben. Habt ihr leider verpasst. Also live ist immer live. Und was danach kommt, ist nur noch Konserve. Gut. Was für spannende oder was für mäßig spannende Themen haben wir denn heute? Wir, ich packe mal die Liste von hinten nach vorne. Das ist interessant. Oder interessanter. Linux Kernel 6.6 gibt es ein paar Neuigkeiten dazu. Firefox 120 ist erschienen. Und das geht in die Kategorie totgesagte Leben länger mal wieder. ReactOS gibt es mal wieder Lebenszeichen. Ja. Also von daher würde ich ganz gerne mit dem Linux Kernel 6.6 starten wollen. Im Endeffekt, so wie es immer ist. Ist genau dieser letzte große Linux Kernel Release eines Jahres zum LTS Kernel geworden. Ja und so wie sich das mehr oder weniger für mich liest, ein paar kleine Verbesserungen, aber jetzt nichts Großartiges. Das ist aber einer, mit dem man wohl relativ lange noch leben könnte. Also die wollen den drei Jahre lang unterstützen, also bis Dezember 2026. Und da hat sich bei Dateisystemen was ergeben, also BKGFS, ich lese das bloß ab, ButterFS, ZFS und, ach ne, ButterFS und irgendwas mit NVIDIA GSP-Firmware-Unterstützung. Heißt das da, ist das Teil GSP bei NVIDIA? Könnte sein. Ich habe mich jetzt daran gehend nicht informiert, was da jetzt drin ist, also. Oder was damit gemeint sein soll, sagen wir es mal so. Aber eben BTRFS und BcacheFS, ja, also Verbesserung im Copy-and-Write-Dateisystem. Und BcacheFS hält eh Einzug in den Kernel damit. Ist es das, was ursprünglich für Flash gedacht war? Oder für RAM? Weder noch, das ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung von BTRFS. Gefühlt zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob da der Ursprung da wirklich so herresultiert, aber so hatte ich es zumindest mal gelesen, dass es da ein paar Verbesserungen gab. Hast du das irgendwann mal wirklich ausprobiert? Bis jetzt noch nicht, bis jetzt noch nicht. Also BcacheFS, ja, geht quasi noch auf der To-Do irgendwann mal. Ich bin ja froh, dass ich mich mit BTRFS so gut angefreundet habe, sage ich mal. Also letztendlich, wenn du ein Dateisystem gefunden hast, was bei dir funktioniert und was über Jahre, Jahrzehnte auch wirklich stabil läuft, ja, würde ich das auch eher beibehalten. Also warum was Neues ausprobieren und dann irgendwelche Probleme mit provozieren, die man vorher nicht gehabt hat. Also man gewinnt ja meistens nicht so viel davon dabei, wenn man jetzt was anderes nimmt. Es sei denn, man hat jetzt einen speziellen Anwendungszweck, wo man wirklich was anderes braucht. Aber ansonsten, ja. Aber wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es bis 26 LTS-Unterstützung erhält, der 6.6er-Körner, hast du ja nochmal eine Erneuerung indirekt benannt. Also dieser LTS-Zeitraum ist zurückgegangen. Waren die vorher bei fünf Jahren? Mhm. Sogar schon fast bei sechs. Gibt es eine Distribution, die den Körnel jetzt einsetzen möchte? Also vielleicht nächstes Jahr, wenn denn das nächste Ubuntu rauskommt? Aber vielleicht ist das auch schon wieder zu lange hin. Das wäre ja im April nächsten Jahres. Ich glaube, bei Ubuntu wird 6.5er-Körnel, wenn dann denn, zum Einsatz kommen. Mhm. 5.24.5er. Der ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen, hat somit seine Testzeit. Also dementsprechend, ja. Ja gut. Arch bestimmt, schreibt hier der Skablan. Ja klar. Also sämtliche Rolling-Releases, die wären relativ zeitnah darauf. Upgrade-Möglichkeit bestimmt bereitstellen. Also bei Debian-Testing ist immer noch 6.5 aktuell. Hatte ich heute wieder in der Hand oder beziehungsweise in der Mache. Weil du was damit machst? Was machst du mit Testing gerade? Ich habe mein Notebook auf Testing quasi umgerüstet oder eins meiner, oder mein ganz altes Notebook, weil ich da ein bisschen mit OBS, beziehungsweise mit meinem OBS-Setup spielen möchte. Falls ich dann doch mal von PopOS weg möchte, würde ich dann vermutlich auf Debian-Testing gehen wollen. Und dementsprechend gucke ich da gerade, wie es so läuft, ob ich mein OBS-Setup irgendwie portiert bekomme mit der ganzen Streamerei. Man will sich ja relativ wenig Arbeit machen. Ja, gerade wenn du jetzt Produktivsysteme hast und eigentlich nicht möchtest, dass sich das von heute auf morgen ändert und du wirklich eine stabile Basis haben möchtest, dann ist es natürlich wichtig, dass du da kein Rolling-Release hast oder sonst irgendwas, wegen böser Überraschungen. Naja, das ist jetzt ein bisschen mein getesteter Zwischenschritt zwischen Debian-Stable und Debian-Unstable. Also da wird dann auch BTFS mit Snapshots wieder als Dateisystem zum Einsatz kommen. Also falls dann doch mal was kaputt geht und ich dringend was machen muss, habe ich immer noch einen funktionierenden Snapshot, mit dem ich arbeiten kann. Darum geht es mir. Also das ist dann eh so mein Way-to-go, sagt man heutzutage doch so schön. Ist jetzt bei Testing schon mal irgendwie was vorgekommen, solange du das jetzt verwendest? Nö, bis jetzt ging alles wunderbar. Wie gesagt, aktuellster Kernel. Was mich noch so ein bisschen stört, da gucke ich jedes Mal, mache ich ein Upcache-Search wegen den Envidia-Treibern. Die sind immer noch mit 5,25 relativ hinten dran. Also 5,45 ist jetzt quasi aktuell. Ach hier, der Uwe schreibt, Manjaro ist gerade bei 6,6,1er-Körnel. Oha. Nee, das ist ja auch Arch. Ja klar, Arch-Unterbau. Aber das ist ja das gemäßigte Arch, sage ich immer. Ich finde es ja auch eigentlich eine schöne Lösung. Vielleicht mache ich auch mal wieder einen Ausflug auf Manjaro. Ich weiß es noch nicht. Mit XFCE-Desktop dann. Da gibt es quasi eine Extrarunde, die die Pakete machen, um getestet zu werden. Also es ist nicht, ja, das Allerneueste, aber es ist schon das Neueste. Ne, fällt mir kein gutes Beispiel dazu ein. Keine gute Allegorie. Es sind schon ein paar Fingerabdrücke dran, aber es sind auch keine Abnutzungsspuren dran. Vielleicht kann man es so sagen. Wie Neu. Quasi. Refurbischt. Ungeöffnet im Original... Nee, nicht mehr ganz. Geöffnete Originalverpackung. Ah. Geil, dass wir da und... Ja, also Kernel-technisch haben wir quasi noch mal vor dem Jahresabschluss einen neuen LTS-Kernel bekommen. Auch der wird ziemlich interessant. Man soll ihn sogar schon über einen Fremd-PPA in Debian 12 integrieren können. Oder upgraden können. Aber wie gut das dann funktioniert, weiß ich nicht. Also theoretisch kann man sich den ja auch noch selbst bauen, wenn man sowas dann möchte. Hast du das in den letzten Jahren mal gemacht? Also wirklich ein Kernel für so ein Desktop-System selbst gebaut? Nee, also wirklich selbst gebaut noch nie... Hatte ich bis jetzt nie die, ich sag mal, die Muße oder die Nötigkeit. Bis jetzt hat das immer gut bei mir so geklappt. Also wirklich mit entweder distributionstechnisch haben sie mir ein Upgrade angeboten oder... Es gibt doch das Ubuntu-Kernel-Update-Utility, kurz UKU genannt. Die UKU. Wenn ihr danach mal googeln möchtet. Da kann man auch von kernel.org in seine Ubuntu- oder Debian-basierte Distribution quasi Kernels updaten. Ja, wenn du den U-Hu mit einem Rind kreuzt, kriegst du eine U-Kuh. Genau, dann kriegst du die U-Kuh raus. Okay. Ja. Das ist dann das Weidegeflügel. Ja, ja, gut. Haben wir noch mehr zum Körnel oder sind wir... Weiß ich nicht. Also scheinbar hat ja der Uwe schon den 6-6er-Körnel im Einsatz, wenn er schreibt, dass es bei Manjaro 6 ist und ich weiß, dass der Uwe Manjaro nutzt. Scheint also gut zu funktionieren. Hast du schon mal einen Körnel gehabt, der wirklich nicht gut funktioniert hat? Gibt es überhaupt doch diese Argumentationskette? Also der nicht gut funktioniert hat. Also ich hatte hier unter dem... Also ich habe hier einen Ubuntu-Unterbau und das gibt so einen Low-Latency-Körnel und irgendwie hat er sich mit etwas anderem nicht vertragen. Also irgendwie da waren Module nicht bei und das klappte nicht. Also der funktionierte nicht. Und von daher, das wäre jetzt so ein Fall, aber allgemein diese Standard-Körnel. Oder war das, dass er sich mit den Nvidia-Treibern nicht richtig verstand? Irgendwas war dabei. Also das hatte ich schon mal, aber das ist extrem selten. Und ja, das ist Körnel-Selbstbauen, ja. Make, Menu, Config, genau. Das ändere ich auch noch. Und irgendwie gab es bei Debian auch ein Paket, das man installieren konnte. Und damit konnte man wiederum diese Debian-Körnel-Pakete bauen lassen. Also dass man so ein Linux-Image hat hinterher als Debian-Paket. Und auch diese Körnel-Headers-Paket-Datei. Mhm, die sind ja grundsätzlich relativ wichtig sogar. Ja, aber das gibt irgendwie so ein Skript, was das automatisiert. Also was denn auf deinem eigenen Rechner einen runtergeladenen Körnel konfiguriert, kompiliert und hinterher fallen diese Pakete raus. Aber auch schon ewig nicht mehr probiert. Keine Ahnung, ob das überhaupt noch geht. Ah ja, nix wird's. Oh Mann. Genau, die müssen wir mal nebenbei mit abarbeiten. Das stimmt. So, ich hab jetzt auch mal mir den Chat von der Linux-Gads-Live-Seite ein bisschen größer gemacht, damit ich den besser verfolgen kann. Grüße zurück nach Bremen. Geht heute um den 6.6er-Körnel, ReactOS und was war das letzte? Firefox 120. Quasi wieder ein Kesselbuntes. Ja, genau. Ich hatte mal einen Bug im 11er Debian mit einem Update von dem 5-11er-Körnel. Da war mittendrin eins dabei. Boah. Was war denn da? Gestartet ist der, aber ich glaub, den Grafik-Stack konnte er nicht mehr starten durch den Körnel-Bug bei mir. Großer Vorteil, auch da hatte ich schon Butterfs-Snapshots, da hab ich einfach den Snapshot mit dem alten Körnel genommen und hab den einfach übersprungen sozusagen, bis das nächste Update kam. Der hat dann wieder gut funktioniert. Aber ansonsten hatte ich noch nie einen Körnel, der wirklich nicht funktioniert hat. Also da muss ich sagen, da bin ich mit solchen Geschichten verschont geblieben. Also so wirklich komplett nicht funktionieren, das ist sehr selten. Aber in einem Projekt, da hatten wir mal einen Bug im Ext4-Treiber drin, also im Dateisystem-Treiber, dass irgendwas da nicht funktioniert hat. Also das war eine ganz seltene Konstellation, die wir in dem Projekt hatten und da funktionierten Teile auch nicht. Und das war ein Ubuntu-System als Basis dabei und dieser Bug wurde da auch nicht gefixt. Und da dann irgendwie drum rum zu basteln, das war gar nicht so einfach, aber irgendwie haben wir es, glaube ich, eingefangen gekriegt. Also sowas kommt auch vor, ist aber extrem selten und ja. Ja. Gut. Das nehmen wir dann einfach so zur Kenntnis. Ja. Es ist, wie du schon gesagt hast. Ausnahmen bestätigen die Regel. Oder so. Genau. Der Debian-Körnel 61012 war doch Buggy. Echt, war der Buggy? Das wäre der letzte gewesen. Jetzt bei der 13. Hm. Entweder habe ich den Übersprung oder nichts davon mitbekommen. Sagen wir es mal so. Hast du da was gehört? Also bevor ich jetzt irgendwie was Falsches sage, also irgendwie vermerkt hatte ich, die 12er-Version war die schlechte und nicht die 13er. Also wo 13er-Version ja eher so ein Unglücksding ist, aber da war die 12er das, also ich weiß nicht, also so ganz grobes abgespeichert unter Ferner liefen quasi. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das ist. Das kann auch was komplett anderes gewesen sein. Vielleicht war es noch mal genauer, da war es noch mal genauer, da war es noch mal genauer. Schreiten sich gerade so ein bisschen, aber ich sehe gerade, der Uwe hatte, vielleicht war es auch nur ein Seiteneffekt mit seiner Sattkarte. Ach so, Sattkarte. Hm, naja, ist ja auch so eine aussterbende Peripherie, sage ich mal. Ich glaube, so wirklich hergestellt werden die nur noch von, wenn überhaupt, zwei, drei Firmen weltweit. Ist auch so langsam, was ich ja so ein Nischenprodukt gefühlt. Also wirklich als Karte, vielleicht kriegst du es häufiger noch als USB-Stick. Kann ich mir vorstellen, dass es sowas gibt. Also wirklich als Karte. Hm. Oh. Ich weiß es nicht. Also sowas hat die, ich habe zwar eine Catcher-Karte von früher auch noch. Und in einer frühen Grafikkarte war sowas auch drin, in der Elsa Victory Eraser. Da konnte man so voll analoge Sachen aufnehmen. In einer eher schlechten Qualität, weil die Festplatten damals natürlich auch noch viel, viel kleiner waren. Aber theoretisch hat es funktioniert. Hm. Hm. Ja gut, aber jetzt so. Satt. Dings. Karte, ja, ja. Ja. Gut. Ja, so ein Nischenprodukt, sage ich mal. Also inzwischen. Also ich hatte auch vor vielen Jahren auch schon mal sowas. Aber ja, dann kam DVB-T2, dann war die oder hat die halt nicht mehr funktioniert. Und irgendwann ist es halt dank geplanter Obsoleszenz zum Elektroschrott gewandert. Äh, was wollen wir da machen? Hm. Ja, stimmt. Ja. Apropos Elektroschrott, was, 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 was kein Elektroschrott ist, äh, oder, äh, machen wir mal den Sprung zum Firefox 120. Also der ist kein Elektroschrott, der, der, der Übergang war auch sehr, sehr, äh, holprig, aber ich denke mal, bevor wir uns hier noch lange drüber unterhalten, dass der 6.1er LTS-Körner wirklich stabil läuft. Gequetscht, gequetscht, so weit es geht, ja. Quasi abgewürgt. Ja, die haben, die haben was dran gemacht, die haben sehr viel Arbeiter wieder investiert, ist was Feindes bei rausgekommen, denke ich mal. Und, ähm, das ist gut, dass sie es tun. Ja. Ja, gut, so, äh, Firefox, was haben wir denn da Schönes? Also dieses, ähm, mit diesem Cookie-Banner, dass das da jetzt auch automatisch irgendwie ausgeblendet werden soll, jedenfalls für einige Seiten, ist, glaube ich, so das offensichtlichste dabei. Also die ziehen jetzt mit dem Brave gleich, der das ja schon länger kann, ich glaube ein halbes Jahr oder so, oder vielleicht sogar schon ein ganzes Jahr. Ich glaube sogar schon ein ganzes Jahr, also seitdem ich umgestiegen bin, was jetzt gut ein Dreivierteljahr mindestens her ist, äh, geht das mit den Cookies, äh, oder sehe ich diese Cookie-Meldung nicht mehr. Also von daher bei Brave schon deutlich länger. Also manchmal sehe ich das noch, wie das denn kurz einmal aufflackert, dieser Dialog da, und dann auch weg ist. Mhm. Und das sollte jetzt unter Firefox 120 auch so funktionieren. Hast du das schon ausprobiert, mit dem 120er? Nee, noch nicht. Ich habe zwar überall schon in den 120er geupdatet, aber bin noch nicht wirklich zum Testen gekommen. Na stimmt, ich habe sogar den 120er hier. Das wird dann maximal am Wochenende bei mir funktionieren, erfolgen, je nachdem. Das probiere ich jetzt einfach mal nebenbei aus. Ich nehme jetzt eine Seite von dem angeblich größten, ähm, wie heißt das so schön, IT- und Technologie-Magazin der Welt. Und du kannst auch meine Homepage nehmen, da kommt auf jeden Fall ein Cookie-Banner. Wegen Datenschutz. Ja, okay, also bei dieser Webseite, die ich gerade meinte, da ist das nicht so. Und, ähm, deine, deine richtige, steht die hier? Einfach send of sinner und dann? U.de. Hui. Also das animiert, aber es ist oben auch noch da. Also, äh, zwei Seiten, wo das schon erst mal so nicht funktioniert, also. Hm. Mal was anderes ausprobiert. Na ja, dann, äh, wird das Feature quasi noch weiterentwickelt. Also, äh, da in dem... Nö, 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 nö. Nö, also, keine der drei Seiten, die ich jetzt einfach mal genommen habe, äh, da hat das funktioniert. Also das... Und was muss man aktivieren? Das könnte mitunter sein, aber kannst ja mal ausprobieren, ob du jetzt im Kontextmenü, äh, links ohne Website-Tracking kopieren als Auswahl hast. Das müsste ohne aktivieren gehen. Das ist ja auch ein neues Feature, was ich sehr interessant finde. Vor allem ohne Tracking, also, äh, was wollen die, die, also, die, diese ganze Diskussion, die hat sich ja eigentlich immer um Cookies gedreht. Ähm, das ist ja aber bloß ein Teil von diesem Ganzen, denn deine IP-Adresse, die hat der, äh, Server, mit dem du dich da verbindest, ja sowieso. Und, ähm, wenn die jetzt untereinander, also der eine Werbeserver mit dem anderen Server doch mal redet, dann können die ja daraus Informationen zurückgewinnen und dich auf anderem Wege auch ohne, äh, Cookies tracken. Also, äh, hat denn nicht Google sogar, äh, einen, einen neuen Mechanismus, ähm, entwickelt, mit der sogar deutlich besser, was Tracking angeht, ist, als mit Cookies? Ich meine, da war sowas. Ringelt irgendwas ganz entfernt, ja. Irgendwas hatten sie doch in der Mache oder sogar schon irgendwo im Test. Aber frag mich jetzt nicht, was es war. Irgendwie... Irgendwie war da was. Aber bis das fertig ist, kann man jetzt, Gott sei Dank, mit dem Firefox auch, äh, Links ohne Website-Tracking kopieren. Steckt das eigentlich im Link drin, das Tracking? Dürfte eigentlich auch nicht großartig sein. Also, in der About-Conflict, da habe ich mal geguckt, also, wenn ich jetzt Cookies eingebe, da gibt es verschiedene Einstellungen für, äh, Cookies-Banners-Punkt, ähm, weiterer Parameter und das sieht für mich erst mal so aus, als ob das alles aktiviert wäre. Mhm. Also, jedenfalls von den Schlüsseln, die dort angegeben sind. Dann scheint es einfach noch nicht gut zu funktionieren, sagen wir es mal so. Also, es gibt sowas wie Cookies-Banners-Banner-Clicking-Punkt-Enabled und das ist oft true. Also, da schließe ich aus der Bezeichnung erst mal, dass es versucht, äh, das Ding wegzuklicken. Ja, also, der Default ist ja wirklich Ablehnen und das versucht er automatisch damit zu machen. So habe ich das, äh, gelesen bei Mozilla. Okay. Und nicht benötigte URL-Abfrage-Parameter werden entfernt bei Webseite ohne, äh, Link ohne Website-Tracking kopieren. Webseite ohne Link kopieren, das, das wird interessant, wenn das mal geht. Hm. Ja, mein Experiment auf, auf den Firefox wieder komplett zurück zu wechseln, ja, da warst du, da warst du ja erfolgreich dabei, als es gescheitert ist. War das auch im Podcast? Ich glaube, das war das, das erste Mal der Podcast-Versuch mit dem Firefox als, äh, Hauptbrowser. Da hatte ich dieses leichte Grundrauschen, aber auch nur, äh, ach, das war das bei dir, ja. Ja, ja, ich hatte dieses leichte Grundrauschen bei dir dann drin über das, ähm, Video Ninja, was wir hier für die, für das Stream-Setup benutzen. Ähm, das hat mich dann genervt. Komischerweise auf, äh, Chromium-basierten, also mein, mein, also meine beiden, äh, Way-to-Go-Browser sind eigentlich noch Firefox und Brave aktuell. Und im Brave, der ja auf Chromium basiert, da läuft es rauschfrei. Hm. Höchst interessant, warum das so ist, ne? Also, ja. Haben die ja einen Rauschfilter eingebaut? Ich kann's dir nicht sagen, es kann auch einfach eine schlechte Implementierung des WebRTC-Protokolls sein. Ist es WebRTC? Wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwie so. Oder vielleicht muss man noch irgendwas am, ach, Browser-Rendering, äh, oder irgendwie, vielleicht gibt's da Codec-Einstellungen. Ich hab da jetzt erstmal nicht, das Ganze nicht weiterverfolgt. Ah. Also, ich, ich hab jetzt was gefunden, also man muss es wirklich noch, ähm, umkonfigurieren bei dem Firefox. Also, es ist zwar irgendwie voreingestellt, aber über dieses About-Config, da gibt es so ein, ähm, ich schmeiß das einfach mal rein hier, ähm, so einen zusätzlichen Schlüssel. Und den muss man wirklich so einstellen. Guck mal hier rein und bei Twitch darf ich das, glaub ich, auch, ne? Genau. Und damit funktioniert das Ganze denn auch wirklich, auch bei den Seiten, die ich jetzt nicht explizit genannt habe, aber wo ihr vielleicht wisst, was das ist. Ja, und mit diesem, ähm, mit diesem Wert 2 macht man das noch ein bisschen aggressiver, dass sogar so, äh, Zwangs-Cookies auch, ähm, damit unterdrückt werden sollen. Und auch diese Einblendungen nochmal irgendwie mehr als standardmäßig. Also, interessant zu wissen, dass man das nochmal extra einstellen muss. Naja, nachjustieren sozusagen. Also, das Feature scheint ja dementsprechend gut zu funktionieren, nur ein bisschen zu lasch. Also, von daher werden viele dann wahrscheinlich genauso, wie ich sagen, äh, das sollte jetzt drin sein, aber das klappt ja gar nicht. Hm. Also, so ein bisschen kommunikativer, äh, könnte es eigentlich sein. Also, dass das dann sagt, ach, übrigens, an der Stelle, wir haben da jetzt so ein Bunny, äh, wir haben da jetzt so ein, äh, Cookie-Banner, ähm, erkannt. Und, ähm, ja, das kriegen wir jetzt, äh, so erstmal mit der Methode, die wir anwenden, dann nicht weg. Aber möchtest du vielleicht jetzt diese tolle neue Funktion verwenden, die das auch kann? Das wäre doch was. Aber hier in dem About-Config, da nochmal zu gucken, unter einem Parameter, der jetzt eigentlich auch von der Bezeichnung her nicht stimmt. Und auch von, äh, der, der, also ein Artikel hier von, wie heißt der gute Mann? Sören Henschel aus Österreich, ähm, da steht drin, dieser Parameter soll dafür sorgen, dass auch außerhalb von diesen privaten Fenstern, äh, die Banner auch gelöscht werden. Und ich hab das sogar im privaten Fenster so, ähm, einfach gemacht, diese Seiten geöffnet da drin. Und das hat nicht funktioniert. Und erst, wenn man das wirklich auf diese aggressive 2 setzt, dann klappt das Ganze. Also, hm. Ja. Ja, gut. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, oder was heißt das Gefühl? Ich hab so ein bisschen mitbekommen, dass der Firefox ja von, von seinem Thron eh verstoßen wurde, äh, der Browser zu sein, dem man als erstes, oder, oder das einzige Programm zu sein, was man mit dem Internet Explorer runterlädt. Ähm, also das erste und letzte, was man mit dem Internet Explorer macht, ist, glaube ich, ein Firefox runterladen, sowas zumindest früher. Ähm, ja, vom, vom Mainstream-Browser ist das irgendwie vom Thron verstoßen worden zum, ich sag mal, eher Nischen-Browser und, ich sag mal, für eher Technik und, und Technik-Enthusiast zum Browser geworden. Und eher so Leute, die wirklich, ähm, auf ihre Privatsphäre dann doch mal, ähm, deutlich mehr Wert legen, als die ganzen Leute, die mit dem Chrom, Opera oder was, was der Geier, was jetzt noch richtig aktuell ist, äh, vorwiegend ist es ja Chrom, Chromium-basiert. Und dementsprechend, da will ich jetzt hier eigentlich drauf hinaus, ich glaube, so eine Funktion, oder beziehungsweise sind diese Funktionen ja meistens, ähm, nur über die, die Doku wirklich direkt ersichtlich und meistens erst so als Abfrage-Feature in der kommenden Version. Also, wenn's rauskommt, tun's erstmal die ganzen Technik-Enthusiasten so ein bisschen austesten, ausknobeln und dann wird's auch noch für den letzten, ähm, äh, wie sagt man's, Casual-User zugänglich gemacht mit dem nächsten Update mit so einem schönen Dialog. Hab ich so das Gefühl, oder beziehungsweise die Veränderung mitbekommen. Also, so ein bisschen so, als ob die, äh, die neuen Funktionen selbst noch gar nicht so gut finden. So ungefähr, also die lassen das erstmal wirklich so ein bisschen, äh, stillschweigend, äh, austesten, kann man so sagen. In deinem Explorer-Netzgeber-Navigator runterladen, ach, ist auch sehr schöner Vergleich von Uwe. Ja, also, ich wollte gerade mal gucken, ähm, wie das ist mit den Marktanteilen, also insgesamt sind die natürlich deutlich runtergegangen. Also, so, Firefox hatte so, äh, 2010, äh, einen sehr guten Marktanteil und seitdem geht es eigentlich ständig runter. Und was ich mir auch noch irgendwie gemerkt habe, dass in Deutschland eigentlich noch eine relativ hohe, ähm, Marktdurchdringung beim Firefox ist. Äh, der läuft bei uns deutlich besser als in anderen Ländern, wo man den eigentlich überhaupt nicht mehr verwendet. Also, aber, da finde ich jetzt gerade keine Zahlen zu. Weltweit, Weltweit? Also, ja. Aber, das, das kommt auch nicht von ungefähr, ne? Also, so, wie einige auch schreiben, ne? Also, der ist, äh, langsam und träge. Also, es gibt so Sachen, die beim Firefox so gar nicht funktionieren und die unter, ja, den Chromium-Basierten einfach super funktionieren. Ähm, Beispiel ist bei unserer Kieler Open-Source-Linux-Tage-Seite dieses Banner, was oben läuft. Das ist eine, ähm, SVG-Animation, sowas gibt es wirklich. Und beim Firefox ist das ein, äh, ein sehr ruckliges Erlebnis. Äh, selbst wenn man einen relativ guten Rechner hat. Also, das lastet so einen Kern auch sehr gut aus und dann wird er auch warm und laut. Und bei Brave oder so funktioniert das selbst auf betagten Rechnern über zehn Jahre, äh, also die über zehn Jahre alt sind, sehr, sehr fluffig, ne? Also, von daher, das stimmt schon irgendwie, dass einige Sachen deutlich träger sind. Und mit, äh, so Umbasteleien, die sie denn hin und wieder machen, dass irgendwelche, ähm, Erweiterungen nicht mehr funktionieren oder solche Sachen. Ja, gut, dass man natürlich irgendwelche, äh, technischen Hintergründe haben, dass man mal wieder was Neues möchte oder dass die alten Sachen irgendwie, äh, sich nicht mehr gut warten lassen. Aber jetzt für ein Endnutzer, äh, ist das Erlebnis dabei, oh, das funktioniert nicht mehr oder warum fehlt die Option? So wie, äh, äh, gehört zwar auch zu dem Mozilla-Universum, also der Thunderbird, ja, die haben das Ding ja umgebaut, musste anscheinend mal wieder sein. Und einige Sachen funktionieren nicht mehr. Also, vorher gab es so eine, ähm, Funktion, um das aktuell, äh, aktuell ausgewählte Postfach abzurufen. Das gibt's nicht mehr, kriegt man aber nicht mehr nachgebaut, dass auf einmal die Menüzeile und die Iconzeile die Position geändert haben. Einfach mal so, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie nach Gutdünken haben sie's geändert. Über ein CSS-Hack kriegt man's wieder richtig hinsortiert, aber was soll das? Andere Elemente haben auch die Position geändert und jahrelanges, jahrzehnteslanges Training. Klicke ich hin, ach, ist falsch. Lässt sich auch nicht mehr konfigurieren. Also, all solche Sachen, ich meine, was, was soll das? Also, an sowas wird dann rumgebastelt, aber, äh, andere Bugs, die es schon sehr, sehr lange gibt, die werden einfach da rumgammeln gelassen und, ja, also irgendwie, hm, hm, hm. Ja. Ja, das wurde ja quasi schon bestätigt im Linux-Guides-Chat, ähm, da wurde auch vor zwei Jahren mal eine Mail an Marzella geschrieben, aber, ähm, und halt nie eine Antwort erhalten. Also, es kümmert sich wohl nicht, was die Leute davon denken, sie machen einfach. Also, so sind ja eigentlich auch bei jeder von diesen, äh, Zwangs-, äh, Zwangs-Design-Beglückungen im Foren auch die Kommentare, was soll da Mist und wie kriegen wir das jetzt wieder zurückgebastelt? Und, ähm, vieles kannst du wirklich über, oder, naja, also vieles kannst du über CSS machen. Und dann werden da irgendwelche CSS-Schnipselchen ausgetauscht, mit denen man das wieder in einen benutzbaren Zustand bringen kann. Jedenfalls soweit, wie es nicht, äh, komplett vernagelt ist. Und, ach, 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 ja. Ja, muss man, muss man mögen oder eben nicht. Ähm, ja. Mir ist das aber gar nicht aufgefallen, also so signifikant zumindest aufgefallen, dass der Firefox so träge ist, wie er immer beschrieben wird. Also, Unterschiede sind zwar bemerkbar, aber die sind jetzt nicht so extrem krass, wie sie wirklich waren, als der Chrome so seinen Hype hatte. Also, sag ich mal. Da haben sie sich wieder zurückgekämpft, aber im Vergleich zur direkten Konkurrenz ist es natürlich so, dass Webseiten-Rendering und ähnliches deutlich schlechter ist. Aber so schlecht, wie man so sagt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Zumindest aus meiner Erfahrung so mit der Hardware, wo ich ihn jetzt im Einsatz hatte. Hm. Muss ich auch ganz klar sagen. Das sind wahrscheinlich auch mehr so Sonderfälle, also wie dieses Banner, was wir da drin haben. Da merkt man das extrem. Und bei anderen Dingen haben sie eigentlich sehr gut nachgearbeitet, gerade was jetzt hier diese Streaming-Sachen WebRTC und Co. angeht. Da haben sie eine Menge gemacht. Das war am Anfang ja wirklich schlecht. Das ginge eigentlich so gut wie gar nicht. Und für die Streams, die wir hier so machen, also wo ich den Stream nicht selbst aufmache, sondern da rein retuschiert werde aus der Ferne, das mache ich auch über Firefox, weil das eigentlich jedes Mal funktioniert. Im Gegensatz zu Brave oder was ich sonst so nehme. Ja, weiß ich nicht. Also das ist auch mehr so eine Gefühlssache. Also das mit dem Firefox, das funktioniert schon. Rühr da ja nicht dran rum. Das andere geht vielleicht auch, vielleicht sogar besser. Aber ja, funktioniert. Also von daher, es hat mich da noch nicht vertrieben, beim Firefox das darüber nicht mehr zu machen. Hm, das tut so gut. Also vielleicht sehe ich deswegen so ein bisschen pixeliger und verschwommen aus. Vielleicht liegt es daran oder vielleicht sehe ich wirklich so aus. Ich weiß es nicht. Ich habe auch immer Kompressionsartefakte im Gesicht. Das ist so. Das ist der Real-Life-Datenschutzfilter. Könnte man so sagen. Das wäre auch immer was. Wenn man damit mal über so eine Cosplay-Messe laufen mit so einem Pixel-Filter über dem Gesicht oder einfach so eine Folie nehmen, so ein paar JPEG-Artefakte drauf und damit mal durchlaufen. Ja. Ich bin schlecht komprimiert oder sowas. Das ist vielleicht total komprimiert. Das ist total kreativ. Und komprimiert. Eigentlich schon. Und das Gedankenspiel mal weitergespielt in die ferne, ferne Zukunft, wo ja alles hier Outmented Reality und sonst da was ist. Da wird es bestimmt Möglichkeiten geben, sich vor jedem so präsentieren zu können, komplett verglitscht und verpixelt, einfach um nicht erkannt zu werden. Das geht bestimmt. Ich muss sagen, ich habe Cyberpunk 2077 immer noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es da geht. Aber machen wir mal nicht das Fass auf. Es läuft aber sehr, sehr gut unter Linux, falls es jemand gerade so fragt. Ja. So viel zum Firefox, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Es sind so jedenfalls die interessantesten Sachen. Und der Rest ist... Fingerprinting Protection über diesen Canvas-Dingsbumster. Ja, also die haben da wohl ein bisschen nachgebessert insgesamt, was Sicherheit angeht und was Datenschutz angeht. Ist ja definitiv nicht verkehrt. Nee, ist richtig. Ist ja auch richtig. Ein bisschen spät aber insgesamt. Ja. Also hätten wir... Ja. Ja. Den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Da haben sie so ein bisschen gebummelt. Gut. Dann zu unserem... Oder gibt es einen guten Kommentar? Wo wir gerade beim Bummeln sind. Okay. Reactorist. Das haben wir ja kurz angesprochen. Die sind ja schon in der Alpha. Ja, ja. Für alle, die ReactOS nicht kennen, das ist eine freie Alternative zu... Achtung, Windows XP. Das soll binär kompatibel zu Windows XP sein. Eben auf Open-Source-Basis oder sogar direkt auf Linux-Basis. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, nee, nee. Also ReactOS hat einen eigenen Körnel. Also sie verwenden nicht den Linux-Körnel. Und damit haben sie sich eigentlich ein sehr hohes Ziel gesetzt, das auch noch mitzumachen. Und da arbeiten wahrscheinlich nicht wirklich viele Leute dran. Ein bisschen Wikipedia-Wissen eingeschmissen. Also das Projekt begann schon 1996 als FreeWin95. Also die wollten ursprünglich zu Windows 95 kompatibel sein. Und ja, dann haben sie es irgendwann Richtung NT geschoben, dann Richtung XP und... Ja. Wollen sie vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen weiter? Achso, Richtung Windows 7 wollen sie das Ganze irgendwann mal bringen. Genau, die hängen immer noch eine ganze Weile hinterher. Also mit den Windows-Versionen, mit denen sie halt kompatibel sein wollen. Aber es ist halt total interessant, dass es auch sowas gibt. Also jetzt mal doof gefragt, wer braucht, also jetzt mal wirklich zu doof gefragt, aber wer braucht sowas? Also eine komplett HPI-kompatible Betriebssystem zu Windows XP. Also... Der Zug ist doch abgefahren. Also... Die stellen sich doch selber das Bein. Sagen wir mal so, ja, nicht? Also es gibt durchaus im industriellen Umfeld, wo du diese langen Laufzeiten hast, wo du große, teure Maschinen hast, die du nicht einfach wegschmeißen kannst, wo es dann wirklich in die Hunderttausendste geht. Also 100.000 Euro mehrfach für einen... für irgendwelche Maschinen, was auch immer das denn jeweils ist. Und die Rechner, die das Ganze steuern, die setzen dann vielleicht minus XP oder vielleicht sogar noch was deutlich Älteres voraus. Und irgendwann hast du vielleicht ein Problem, dass diese Rechnergeneration, die du zum Steuern brauchst, nicht mehr verfügbar ist. Du kriegst keine Ersatzteile mehr, das ist einfach durch irgendwann. Und wenn du jetzt versuchen würdest, ein XP, das Original, auf einem neueren Rechner installieren zu wollen, um diese Maschine weit am Laufen zu halten, dann kann es sein, dass die mit dem, mit der Hardware darunter nichts mehr anfangen kann. Und vielleicht wäre Reaktos ganz theoretisch dafür ein, ein Ersatz, dass, aber, eben bloß theoretisch, denn Reaktos, wie du sagtest, das ist im Alpha-Stadium, das ist schon sehr lange im Alpha-Stadium, hier stand bei dem Linux-Guides-Chat drin, seit 20, 25 Jahren, das stimmt schon, ne, und die sind halt nicht fertig und es ist für den produktiven Einsatz auch nicht stabil genug. Also, wäre für einige spezielle, teure Systeme vielleicht eine Alternative, wenn es stabil genug wäre und auch wirklich funktionieren würde. ja, aber, hm, ja, aber sie arbeiten weiter dran, die haben jetzt sogar experimentellen UEFI-Support. Ich will gar nicht lachen, aber irgendwie, es ist, vielleicht machen es wirklich nur zwei, drei Leute, dieses sehr ambitionierte Projekt. Ja, aber, irgendwie, es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, sagen wir es mal so. Also, was heißt es wirkt? Es ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Wer jetzt noch an, Binärkompatibilität zu Windows XP arbeitet. Also, kann schon sein, dass du wirklich, ähm, also, dass du, wie du erzählt hast, äh, dass die Leute von ReactOS wirklich auf diese sparte Industrie-PCs oder spezielle, äh, Steuermaschinen eingeht? Ich, also, ich glaube nicht, dass es, äh, wirklich deren Fokus ist, aber das wäre jetzt so ein, äh, sehr spezielles Gebiet, wo ich durchaus einen Anwendungsfall sehen würde. Mhm. Aber, ja. Wenn die Sonne explodiert, würde ReactOS wohl fertig sein, so in sechs Milliarden Jahren. Super Kommentar. Ähm, Windows Guide Chat. Ja. So ungefähr. Ja. Ja, also, ja, hm, hm. ist, es ist schwierig. Ja, definitiv. Aber, äh, warum nicht? Äh, äh, wenn es mehr oder weniger ein interessantes Forschungsprojekt oder ein Hobby für die ist, ähm, ja, klar, warum nicht? Also, die lernen bestimmt eine ganze Menge dabei und die es wissen, äh, ist vielleicht auch für andere Projekte ganz praktisch. also ein, äh, ein Teil von der Funktionalität, ähm, beziehen sie auch, äh, durchweinen ist ja auch Open Source und das wird auch in ReactOS ähm, integriert, also irgendwelche Bibliotheken oder Funktionen, was auch immer. Äh, von daher findet da auch ein gewisser Austausch statt. Aber einen eigenen, äh, einen eigenen NT-kompatiblen Kernel zu, äh, zu entwickeln, das ist, ist eine Menge Arbeit, ne? Oder vielmehr XP-kompatibel. Ja, also ob man da in, irgendwann zu einem wirklich stabilen System kommt, ich weiß es nicht. Also, vor allen Dingen, jetzt wo du es erzählt hast, ist es mir eigentlich wie Schuppen vor deinen Augen gefallen, es ist ja auch wirklich ein, ein immenses Mammutprojekt, etwas nachzubauen, was man nicht einsehen kann. Weil der NT-Körnel ist ja auch nicht, der ist ja auch proprietär, die müssen ja irgendwie das Ganze so halbwegs reverse-engineern, muss man ja so sagen. Das, das ist ja auch so ein, so eine Sache, die man gar nicht unterschätzen darf. Und die man ja, an der Stelle auch mal wirklich, ähm, den Respekt und die, 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 äh, die Lorbeeren quasi zusprechen muss. Also das ist wirklich eine Riesen, also eine Riesensache. Das ist kein kleines Ding, aber irgendwie ist halt wirklich auch die Ambition dahinter. Ähm, ja, sehr, sehr, hm, schmal, also was ist schmal, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr langsam. Also das ist, hm, ja. Also bei, stand's bei Wikipedia, ich meine, da hab ich gesehen, dass sie binärkompatibel sein wollen. Also, dass man auch wirklich die Treiber, die es für XP oder NT oder was auch immer gibt, dass man die auch darunter installieren können soll. und, äh, wahrscheinlich müssen die denn ja auch die Bugs, die in dem Microsoft-Betriebssystem drin sind, genauso auch nachbauen, damit sich die Treiber und Anwendungen auch wohlfühlen und sowas. Also das ist wirklich wahnsinnig schwierig, wenn man da jetzt den Quelltext nicht hat, also offensichtlich natürlich nicht hat. Im Gegensatz zu dem, äh, was wäre auch, Moment, Dienstag hatten wir das? Genau, Dienstag hatten wir das ja, binärkompatibel, da waren wir ja bei Alma Linux und bei Rocky Linux, die ja auch sowas wollen, aber die haben es ja viel einfacher, weil man doch irgendwie an den Quelltext rankommt, um daraus das Einnis zu bauen. Und bei Reactors oder anderen Projekten muss sowas wirklich reverse-engineert werden und das ist wahnsinnig schwierig, langwierig und wenn man da nicht wirklich hunderte von Entwicklern für hat, die, ja, sonst nichts anderes machen, ist das eigentlich nicht erstaunlich, dass es so weit ist, wie es ist, ne? Ja. Oder es bleibt halt wirklich so ein, so ein, so ein nebenbei, wir machen mal ein bisschen was Projekt, so ein Forschungsprojekt, aber wirklich stabil rauskommen, wurde hier schon von, von McLean geschrieben, wird es vermutlich nie, das ist irgendwie eine Totgeburt, weil es einfach an Manpower fehlt. Also damals schon und ich glaube, wenn man jetzt dort richtig investieren würde an Entwicklern oder Manpower, ah, da kriegt man vielleicht was fertig, aber so richtig, hm, schade. Aber es lebt noch weiter irgendwie. Das Thema hat mir dann auch, ähm, ich glaube, gestern Abend noch mal ganz kurz, so semi-privat, mit, ähm, oh, was war das jetzt? Jetzt habe ich angefangen mit den Fahnen verloren. Das, was ich gesagt hatte, Geos, PC Geos? Nee. Das, nee, okay. Das gibt es noch. Auf was wollte? Ja, das gibt es auch noch. Auf was wollte ich denn hinaus? Ach, es ist weg. Naja, mein Gott. Ob Reaktos deutsch ist, also vor sehr vielen Jahren, ich würde sagen, so 2000, gefühlt hätte ich jetzt 2014 gesagt, wo die vom Reaktos-Projekt bei uns auf den Kilo Open Source und Linux Tagen waren und das vorgestellt haben als Vortrag. Und irgendwo gibt es auch noch den Mitschnitt davon. und die sprachen Deutsch, die kamen auch aus Deutschland. Also von daher kann es schon sein, dass da eine, ach so, Reaktos Deutschland e.V., also, ja, die haben als Rechtsform denn was genommen, also ein eingetragener Verein innerhalb von Deutschland. Ja, aber das Projekt wird wahrscheinlich international aufgestellt sein, dass die Entwickler von irgendwo kommen, übers Internet denn arbeiten und als Rechtsform denn e.V. in Deutschland genommen haben, weil das steuerlich für die, die Entgegennahme von Spenden vielleicht eine ganz gute Sache ist oder sonst irgendwas, ne? Also, ja. Irgendwas werden sie da genutzt, also nutzen müssen, also ist ja so. Ja. Aus welcher Ecke ist denn das? Ah, NRW. Naja, wenn man nicht weiß, wo es herkommt, vermutlich NRW. Oh, da war ich ja schon gar nicht mal so weit weg. Ich war mal im Nachbarort, also quasi Nachbarort. Verrückt. Hm? Ja. Also wie gesagt, das wird vermutlich nie fertig. Ich finde es sehr interessant, dass es das gab. Ich habe es mir auch irgendwann mal angesehen als Alternative zu Windows, aber das ist ja wie gesagt, vorne und hinten leider Gottes noch nicht fertig. Oder? Ach nee, stimmt. Haiku hatte ich immer angeguckt, das ist ja auch sowas, was in diese Richtung geht, was BOS nachbildet. Ne, Reaktors habe ich bis jetzt bloß mal irgendwie in den VM reingeschmissen, um mal zu gucken, was tut das, lässt sich das installieren? und ja, böse gesagt, warten, stürzt es ab. Also das passierte doch relativ häufig dabei, ist aber auch jetzt schon wieder ein bisschen her, vielleicht ist das wieder deutlich besser. Da kam ja die nächste Alpha Version raus, also vielleicht ist es mal wieder ein Testwert. Also die letzte Version ist jetzt vom 16. Dezember 2021. Also die ist jetzt ungefähr auch wiederum zwei Jahre alt. Aber es soll ja diese, wie heißt die, Nightly? Genau, die Nightly Builds. Also die 0415 ist immer am Weiterentwickeln und eben die Nightly Builds, davon brauchst du halt. Könnte man vielleicht wirklich mal, hm, oder? In welchem Kontext könnte man sich das einfach mal live angucken? Willst du das vielleicht mal machen bei dem Technik-Stream? Du, ich habe hier so viel auf meiner verdammten Liste. Ich kann es ganz hinten draufschreiben, aber mal sehen, wann ich dazu komme. Wenn du dazu kommst, dann gibt es die Stable-Variante, die Reaktors 5.0, kompatibel zu Windows 35 oder so. Naja. Wir werden sehen, was da rauskommt. ich finde es ambitioniert, ich finde es gut, dass es sowas gibt, aber es ist halt für die breite Masse nichts, weil es A, nicht fertig ist, leider Gottes, und B, deren Einsatzzweck, dann dadurch, dass sie zu XP-binär kompatibel sein wollen, so speziell ist, dass es so oder so nichts für die breite Masse ist. es ist und bleibt ein verdammt interessantes Studienprojekt. aber leider Gottes auch nicht mehr. Ja, und zum Kommentar mit Russland, dass das da irgendwie entwickelt wurde, also das sieht nach dem Wikipedia-Artikel jetzt nicht dabei aus. also es gab wohl mal die Idee in Russland von 2007 bis 2015, dass man mit Reaktors die Abhängigkeit von Microsoft und ausländischer Software damit verringern wollte, hat aber anscheinend nicht wirklich funktioniert. Und ja, also die hatten damit was vor, aber das hat einfach nicht geklappt. Also das ist das, was ich jetzt da raussehe. Vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Quellen, aber sehe ich jetzt erst mal so nicht. Und von denen, die jetzt auf der Reaktorseite draufstehen, also da steht ja der Vorstand drauf und sonst was. Also einige von den Namen kommen ja auch irgendwie grob noch bekannt vor von dem Vortrag her, dass ich mit denen mal Kontakt hatte. Also die kamen alle auch aus Deutschland. Von daher denke ich eher nicht, dass da irgendwas ist. Und also ich würde jetzt als als Staat auch nicht da drauf setzen. Also wenn ich jetzt von Microsoft loskommen will, alte Anwendungen habe, dann würde ich ein Linux nehmen, Wine drauf drauf packen und vielleicht da ein bisschen Geld in das Wine-Projekt reinschießen, dass da vielleicht in eine Richtung entwickelt wird, dass die Software, die ich drauf laufen lassen möchte, auch wirklich funktioniert. Also sowas zu machen, aber in Reaktors würde ich wirklich kein Geld reinstecken. da sehe ich einfach nicht, dass ich da in absehbarer Zeit ein Ergebnis rauskriege, sodass ich damit dann arbeiten kann, dass ich irgendwas ersetzen kann. Also von daher sehe ich das eher nicht. Ich habe noch gerade nebenbei noch geguckt. Reaktors im Jahr 2014 und das wird besser und besser. Kieler Linux 2014. Du hast es gefunden, super. Ich habe einfach mal Reaktors Keylooks eingegeben in die Dingsuche. Ich habe es bei YouTube reingeschmissen und YouTube wusste das nicht, da kam dann irgendwelche andere Käse raus. Echt? Ich habe einfach Reaktors Keylooks eingegeben bei YouTube. Bei YouTube? Ja. Echt? Ja. Kriegst du als erstes von so einem Typ im Internet, kein Linux, dennoch Open Source, dann das Ding und dann von Windows Area, wir testen den Windows Klon und dann wird es richtig wild bei mir die Anfragen, dann kriege ich von der Keylooks Server zu Hause betreiben die etwas andere Review von irgendeinem Typen, dann von Michael Franken was. Das wird halt ganz wild, ja. Also dann warst du wahrscheinlich, hast du länger gescrollt als ich, habe es dann relativ schnell aufgegeben. Ja, wie gesagt, der zweite ist, denke ich mal, der Treffer, den will ich mir irgendwann mal angucken. Das klingt ziemlich interessant. Weil wenn Menschen der Titel ist, es wird besser und besser, ja, macht dann doch irgendwie Lust auf mehr. Mal gucken, ob man das sich wirklich irgendwann mal anguckt. Aber wie gesagt, meine Liste ist lang. Ach da, jetzt habe ich es auch. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Und es wird besser und besser, genau. Und das eine müsste hier Colin Fink sein, also der, der auch auf der Seite draufsteht als Vorstand sonst irgendwas. Beim anderen weiß ich es gar nicht mehr, wer das ist. Ja. Ach ja, ja, ist schon wieder her. Aber es wird immer besser und besser. Ja, also, muss man ja auch sagen, also, die Punkte muss man denen ja geben. Das stimmt, ja. Die gibt man denen einfach, das ist ja nicht gelogen. In dem Sinne, ich glaube, wir haben jetzt alles über ReactOS gesagt, was man hätte sagen können. Meine Liste wird länger und länger. Ich werde es, glaube ich, vielleicht mal nicht so auf meine Liste nehmen. Ich werde gucken, dass ich nächste Woche endlich so den, 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 den Editor-Vergleich mache. Ich muss sagen, durch Sparky Linux bin ich auf den Micro-Editor gekommen und ich finde den gar nicht schlecht. Also, zur Zeit ist das mein Haupt-Editor und ich, ich, ich finde den, um jetzt den, den Titel zu klauen, immer besser und besser. Ja, das, ja, der wird immer besser und besser. Also, er reift quasi direkt vor deinen Augen. Also, jeden Tag gibt es eine neue Funktion, die freigeschaltet wird, oder? Ich habe den, auch Gott, freigeschaltet und irgendjemand hat gerade gefordert oder ähnliches. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gehört. Warum höre ich das? Ich weiß es immer noch nicht. Hm. Ja, der Profi hier wieder am Werk. Ja. Du machst das ja auch noch jede Woche. Ja. Ach so, äh, genau, äh, McClane ist, ist gefordert. Danke dafür. Ähm, ich habe das eigentlich hier für die Szene abgeschalten und es kommt trotzdem rein. wie gesagt, das, das ist noch so ein Rätsel. Das, das löse ich an einer anderen Stelle. Bin ich auch wieder abgelenkt worden, muss ich sagen. Äh, was ich sagen muss, ist, äh, nicht der weiße letzter Schluss auf YouTube noch mal zu abonnieren. Ähm, der Genre ist nicht da, aber den kennt ihr vermutlich, wenn nicht, dann einfach mal bei Linux Guides auf YouTube rein abonnieren. Den gibt es auch hier auf Twitch, genauso wie es mich auf Twitch gibt. Da guckt ihr das gerade, Saint of Sinner. Es gibt noch einen Tux-Tagen-Kanal auf YouTube, da kommt der Podcast als VOD online, genauso wie dann bei Hauke auf Nicht der weiße letzter Schluss. Plus gibt es das Ding quasi ohne Bewegtbild, sondern nur mit dem sinnlosen Gelabber, äh, hier von uns, nochmal auf Spotify. Und damit ist der Werbeblock abgeschlossen, weil sowohl Tux-Tage als auch Kilux sind rum und wir freuen uns eigentlich auf besinnliche Festtage irgendwann dann mal, wenn das Jahr endet. Stimmt. Also, falls ihr zufälligerweise, ganz zufälligerweise, am 2. Dezember in Kiel sein solltet, dann gibt es bei uns den Krypto-Advent. Stimmt. Das ist so ein vor Ort gemütliches Beisammensein mit den Dingen, die es so zur Weihnachtszeit gibt, also Essen und Trinken. Jedenfalls den süßen Anteil dabei, das gibt es dann und dann so ein paar, ja, so ein bisschen unkonferenzmäßig. Wir unterhalten uns zum Thema Nextcloud. Da wird Micha dann auch live mit dazu geschaltet, so heißt das Wort. Und Jean wird auch da zugeschaltet, also die beiden sind nicht vor Ort, die kriegen also keine Kekse, keinen Glühwein, keinen Kinderpunsch, das müssen sie sich selbst holen und da setzen wir uns nett zusammen, reden ein bisschen darüber zum Thema Sicherheit bei Nextcloud und wir hatten auch noch irgendwie andere Themen, aber das organisiere ich zum Glück nicht selbst. Danke an Klaus an dieser Stelle. Ha! Ja, genau, das wäre nochmal Werbung dafür und bei dir gibt es ja jede Woche Dienstag und Donnerstag hier bei Twitch zwei jeweils einen Stream und bei dir ist Dienstag, mal abgesehen von diesem Dienstag, eigentlich dein Spieletag, so ist das, ja, ne? Genau, und der Donnerstag ist quasi halb geblockt durch den Podcast und dann Technik. Genau. Wie gesagt, nächste Woche werde ich mich so ein bisschen vorbereiten auf den großen Editor-Vergleich oder Terminal-Editor-Vergleich. Da werde ich noch ein bisschen Kreativzeit investieren, um da mal was Schönes zusammen zu kramern, das wird ganz interessant und wie gesagt, den Micro-Editor, ich mag ihn immer mehr, er wird besser und besser. Wie ein guter Wein, er muss noch etwas reifen. Genau. An der Stelle danke ich dir fürs Dabeisein, Grüße gehen dann raus an Jean, wenn er dann das nächste Mal hoffentlich wieder dabei ist. Auch ganz herzlichen Dank an unser Publikum, das live dabei war und natürlich auch herzlichen Dank an jeden, der sich das dann im Nachhinein anhört. Lasst Kommentare zur Verbesserung da und dann hören wir uns, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder. Macht das gut.